Sehr geehrte Damen und Herren, ich lade Sie herzlich zum Steuerberater-Symposium am 27. Februar 2013 nach Paderborn in den Dürrenhof ein. Das Seminar soll Ihnen die Möglichkeit geben, grundlegendes Wissen über die pauschal dotierte Unterstützungskasse zu erwerben oder zu vertiefen. Insbesondere geht es um die Anforderungen an Musterberechnung, aber auch um die Sanierung bereits vorhandener pauschal dotierter Unterstützungskassen, um die Chancen und Risiken dieses Durchführungsweges, arbeitsrechtliche und auch steuerrechtliche Grundlagen. Anmeldeformulare können Sie unter bav.fels.de erwerben und Informationen zu bereits abgehaltenen Seminaren können Sie der Beschreibung im beigefügten Link entnehmen.